Na gut, dann gehen wir da auch hin. Dann gehen wir da auch hin, dann gehen wir da auch hin und dann sind wir alle mittendrin. Hmm. Ich glaube damit letztlich am einfachsten lösen. Hmm. 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 Okay. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Oh nein, das ist ja nachts. Die unnötigsten Gegner überhaupt. Ohne Mist. Ich will nicht die ganze Zeit die Kack-Dings dabei haben. Blöde Armbrust. Scheiß viel. Oh, ich nehm hier nochmal die Drähte raus. Weil es so viel Spaß macht. Jetzt gehen wir doch runter zu dem Turmel Buster. Nachtschrecken hin oder her. Ja. Und dann machen wir hier den Bunker auf. Die Pilze waren wichtig. Ich weiß nicht. Sehr schön. Okay. Oh, ja. ich kann mir nicht vorstellen dass hier irgendwie großen anderen weg nehmen werden ja 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 Was ist denn am Schaumann? 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 Hm, okay. Was ist denn am Schaumann? 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 Das war's für heute. So, nice. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier noch die Löcher ausbuddeln können, wobei das hinterm Zaun ist. Das war's für heute. Okay. Geschützturm, Munitionskapazität, Geschützturm, Nachladegeschwindigkeit, Arzt, geheilte Menge, Fischer. 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 Okay. 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 Oh nice Gericht wieder. Chance auf Ausweichen. Nice. So 8 mal Kaktus, 10 mal Salat und 6 Tomaten. Kaktussalat. Egal, Fracht auf 10 Transporter. Ah, die scheint eine Baustelle von 15... Aber vergessen Sie die Erländer der Erländer. Der Effekt braucht die Elektronik von der modernen Zeitung. Das ist eine Automatische Rekordung von K23, die Kronn-Station. Vielen Dank.